Und wir kommen zum zweiten Spiel, das Nail It heißt. Und zwar geht es darum, wir haben fünf Nägel in einer Reihe und die Teams werden hämmern und zwar abwechselt. Und am Ende, wer mit dem letzten Schlag einen Nagel in Holz reinbefördert, bekommt einen Punkt. Los geht's. Ladies first. Oh wow, das ist ja nur ein Streichel. Also der Nagel hat sich schon ein bisschen gebogen. Zählt das schon? Als verreckt? Nee, natürlich sagt ihr es. Oh Fabi, nicht mehr streicheln hast? Ja, der ist nicht drin. Komm, das machst du schon. Ja, drin. Komm schon, komm schon. Boom. Zum Glück, ey. So drauf. So, der ist noch nicht drin. Jetzt ist er drin. Das heißt, das zweite Spiel geht an die Elbe Magics. Herzlichen Glückwunsch. Wir gehen jetzt rüber zum Spiel Nummer drei. Und was lag? Einen Hammer. Nö, die haben einfach Glück gehabt. Ich war nicht so zufrieden mit der Schiedsrichterleistung, aber sonst ist es in Ordnung.